Guten Morgen, frohe Weihnachten und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Freue dich auf einen kurzen Yoga-Flow für einen ruhigen Start in den Tag voller Liebe und Freude. Doch bevor wir starten, noch ganz kurz etwas in eigener Sache. Wenn du Yoga ganzheitlich lernen möchtest, auf und abseits der Mathe, dann empfehle ich dir Yoga Mastery, mein Yoga Online Kurs. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Und jetzt, lass uns nicht lange warten, mein Name ist Claudine und ich wünsche dir ganz viel Freude und Entspannung. Wir beginnen im Sitzen. Wähle einen Sitz deiner Wahl, gerne den Schneidersitz. Zieh dein Gesäss nach hinten und oben, sodass du deine Sitzbeinhöcker gut spüren kannst. Schließe gerne deine Augen und nimm hier ein paar tiefe Atemzüge, um ganz bei dir anzukommen. Mit der Einatmung richte deine Wirbelsäule etwas mehr auf und mit der Ausatmung lass die Schultern nach hinten und unten sinken. Deine Gesichtszüge sind ganz weich, dein Atem fließt ganz von allein. In den nächsten paar Minuten stehst nur du im Mittelpunkt. Schenke dir daher deine Liebe einmal nur dir. Nimm noch einen ganz tiefen, nähernden Atemzug ein und vollständig aus. Dann, wenn du magst, öffne sanft deine Augen. Du kannst sie jedoch auch gerne geschlossen lassen und einfach nur meiner Stimme folgen. Versuch's mal. Mit der Einatmung streck deine Arme lang nach oben und mit der Ausatmung bring den rechten Arm zum Boden, der linke Arm lang über deinen Kopf, die linke Gesäßhälfte bleibt am Boden. Einatmen, wieder Arme lang nach oben und ausatmen, linker Arm zum Boden und den rechten Arm lang über deinen Kopf. Einatmen, Arme heben. Noch einmal so auf jeder Seite. Nächstes Mal einatmen, verschränke deine Hände hinter deinem Kopf, lass die Arme gerne leicht gebeugt und beginne langsam mit deinem Oberkörper zu kreisen. Zuerst ganz kleine Kreise, die immer größer und raumgreifender werden. Kreise gerne auch mit deinem Kopf, so wie es sich für dich gut anfühlt. Nutze den gesamten Bewegungsradius deiner Wirbelsäule und bewege dich ganz synchron zu deinem Atem. Dann langsam kreise in die andere Richtung und lass da die Kreise immer kleiner werden, bis du wieder ganz zum Stillstand kommst. Atme ein hier, streck dich in die Länge und mit der Ausatmung bring die Hände vors Herz, schick die neu gewonnene Energie und Liebe direkt in dein Herz. Löse deine Hände, kreise deine Handgelenke, um sie sanft aufzuwärmen. Schüttel die Hände aus, mach diese Bewegung, die sich für dich gut anfühlt. Dann löse das Ganze auf, stell deine Hände vor dir auf, bring die Füße nach hinten, lass dein Gesäß schwer Richtung Fersen sinken für die Haltung des Kindes. Die Stirn liegt auf der Matte, die Knie sind gerne mattenbreit, um der tiefen Atmung schön Raum zu geben. Mit der Einatmung spür, wie sich der Oberkörper sanft hebt und mit der Ausatmung lass Hüfte und Arme noch ein bisschen schwerer sinken. Wenn du magst, komm auf deine Fingerkuppen und spür so die sanfte Öffnung in deinen Schultern. Wenn du magst, rotiere sanft deinen Oberkörper, öffne dich etwas nach rechts und links oder bleibe einfach nur entspannt liegen. Spür ganz in dich hinein und mache das, was dir in dieser Position gerade gut tut. Nimm noch einen ganz tiefen, nähernden Atemzug ein und vollständig aus. Und dann komme hoch in den Vierfüsterstand, die Schultern sind über den Handgelenken, die Finger weit gefächert, die Zeigefinger parallel zueinander, die Schultern über den Handgelenken und die Hüfte über den Knien. Atme ein, lass deinen Bauch sanft fallen, komm in ein leichtes Hohlkreuz, roll die Schultern zurück und atme aus, mach dich ganz rund, Kinn zur Brust. Einatmen, geführtes Hohlkreuz und ausatmen, mach dich Wirbel für Wirbel ganz rund. Wiederhole dies noch ein paar Mal, ganz in deinem Tempo. Und mit der nächsten Ausatmung bring dein Gesäß zurück zu den Fersen und mit der Einatmung komm nach vorne, finde direkt in Bauchlage. Stell deine Unterarme vor dir auf, Schulter breit, die Finger weit gefächert und hier gibt es zwei Varianten. Entweder zieh die Schultern etwas zurück und dann lass dich einfach schwer in deine Schultern sinken. Lass den Kopf schwer nach vorne sinken und löse alle Anspannung. Schenk dir Ruhe und Entspannung. Oder wenn du hier eine Herzöffner-Variante bevorzugst, dann hebe den Oberkörper, Blick nach vorne, zieh die Schulterblätter zurück und öffne sanft dein Herzbereich. Und auch hier bewege dich so, wie du es brauchst. Vielleicht schaust du nach rechts. Und nach links bewegst deinen Kopf, schließe die Augen und bewege dich ganz intuitiv. Atme noch einmal ganz tief und ganz viel Liebe ein und vollständig und ganz viel Liebe aus. Bring deine Hände unter die Schultern, die Finger weit gefächert, stülp die Zehen um und schieb dein Becken hoch für den herabschauenden Hund. Die Beine sind gerne großzügig gebeugt, die Fersen müssen den Boden nicht berühren. Schieb deine Sitzbeinhöcker nach hinten und oben und generiere so Länge in der gesamten Wirbelsäule. Trete hier mit deinen Füßen abwechselnd in den Boden, um deinen Beinen Länge zu schaffen. Press die Matte richtig von dir weg und finde deine innere Kraft. Dann atme ein, beug die Beine etwas mehr, Blick nach vorne und mit der Ausatmung laufe in ganz kleinen Schritten an den Anfang deiner Matte und komm in die ganze Vorbeuge. Lass den Oberkörper schwer hängen, der Kopf ist ganz entspannt. Wenn du magst, greife deine gegenüberliegenden Ellbogen und die stehende Vorbeuge ist eine wunderbare Übung, die du ganz einfach in deinen Alltag integrieren kannst. Sie verlangsamt deinen Herzschlag, dehnt deine Lendenwirbelsäule und entspannt deine Oberschenkelmuskulatur. Bleibe noch einen Atemzug in dieser wunderbar entspannten Haltung. Und mit der nächsten Einatmung rolle dich ganz langsam Wirbel für Wirbel in den aufrechten Stand. Bring die Arme über die Seite nach oben Nimm neue Energie, Liebe und Freude für deinen Tag auf Und atme aus, bring die Hände vors Herz und führe somit diese neu gewollene Energie direkt in dein Herz. Nochmals einatmen, bring die Arme über die Seite nach oben, nimm so viel Liebe auf, wie du kannst. Und ausatmen, bring die Hände direkt auf dein Herz, sei ganz bei dir. Senk den Blick und schenk dir dein wärmstes und ehrlichstes Lächeln. Spür die Freude und Liebe in deinem gesamten Körper und teile sie heute mit deinen Liebsten. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für dein Vertrauen. Hat dich Yoga nach dieser Sequenz inspiriert und du möchtest Yoga ganzheitlich lernen, dann empfehle ich dir Yoga Mastery, mein neuer Yoga Online-Kurs. In sieben Modulen lernst du Yoga endlich ganzheitlich. Lass Stress und Einspannung hinter dir und werde entspannt und flexibel im Körper und im Geist. Dann hoffe ich, dass wir uns ganz bald wieder auf der Matte sehen. Hab ganz schöne Weihnachten mit deinen Liebsten. Namaste Deine Claudine